Bei Gottes Haus bieten wir Faltkarten an, mit Texten, von denen wir sicher sind, dass die dir wirklich weiterhelfen. Texten, die mir eine Geschichte erzählen oder einige Bibelstellen aufgreifen oder etwas lyrischer sind, von denen wir glauben, dass sie wirklich dein Leben bereichern. Und hier möchte ich dir die Faltkarte, die Namen des Vaters, vorschlagen. Die Namen des Vaters, damit sind die biblischen Namen Gottes gemeint, mit denen er sich offenbart in der Heiligen Schrift. Es gibt eine Fülle von unterschiedlichen Namen, mit denen Gott sich uns offenbart. Beispielsweise Yahweh Zebaot, Yahweh Nisi, Yahweh Rafa, Adonai, Elohim, Abba und so weiter. Und hier liest du ein klein wenig darüber, was diese Namen bedeuten und wie du dich Gott im Gebet einfach auch nahen kannst. Wenn du die Namen von jemandem kennst, dann kannst du ihn ansprechen. Du kannst in eine ganz innige Beziehung hineinkommen. Und dafür dient diese Faltkarte. Die kannst du bei uns wirklich günstig bestellen. Und ich lade dich ein, dass du dich einfach dadurch beschenken lässt und bereichern lässt in deinem Gebetsleben. Dass du lernst, Gott in einer ganz neuen Art und Weise als Vater mit einer Vielzahl seiner Namen anzusprechen. Ich glaube, dass diese Karte dich segnen wird. Und ich glaube, Gott hat viel mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!